so meine damen und herren und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom let's play um sie zwei dem omnibus simulator wir befinden uns am späten abend heute aber wieder auf der karte projekt lublin und zwar in der 2017 variante ich hoffe man kann ganz gut erkennen hier hier steht unser solaris urbino 18 in der polen variante jetzt sieht man vielleicht ein bisschen besser ja wir fahren heute linie 55 die etwas längere linie geht ungefähr eine dreiviertel stunde deswegen werde ich mich jetzt zum anfang auch erst mal ein bisschen kurz fassen leider wurde keine repaint für diesen bus mitgeliefert nur für den 12 das heißt wir haben heute mal das repaint aus jena am start hatte mir mal zuschauer gemacht ist schon ewig hier hatte ich nur auf dem rechner vier törer variante euro 6 variante wohlgemerkt mit void getriebe verbaut haben wir hier das mochi cockpit so muss das sein ja genau ich glaube die zf variante sind wir hier bei diesem polenbus schon sehr sehr oft gefahren muss da nicht sein das wird heute noch mal zeigen wir fahren die 55 zum europark warum fahren wir abends das hat mehrere gründe wir sind länger nicht abends gefahren und ich will einfach mal sehen wie sieht das so mit leuchteffekten auf der karte aus ja wie wir haben ja gesehen das sind einige schöne objekte real objekte mit bei ist eine sehr schöne karte wie sieht die abends aus wie sind eventuelle leuchteffekte wie hat man die nachttexturen hier gestaltet das wird mich heute mal interessieren ganz privat auch noch nicht am in der nacht gefahren wo am tag die linie ist eine sehr schöne linie aber wie gesagt etwas länger das ist eine gelenkbus linie auch auf der karte fahren mannl ng also die ng 272 busse und als ke rum auf dieser linie jetzt in abend schon hätte es vielleicht sogar ein solobus auch getan so dass schon mal ein bisschen vorher da wir jetzt zum beispiel keiner mit am tag steigt da normalerweise immer jemand ein muss ich mal gucken ob wir autonealing haben so und dann kommen wir mal hier haben wir autonealing funktioniert bei dem 18er nicht immer muss man mal gucken wie sich das entwickelt und dann fahren wir los wie gesagt das ist der fahrplan ja ist die variante 1.7 immer noch von diesem polen solaris könnt ihr euch herunterladen im polnischen augen sie vor im link dazu in der beschreibung und ihr müsst glaube ich immer selber weiter ja jetzt muss ich erstmal q drücken und wenn ich jetzt noch mal q drücke ne doch nicht ja muss ich mal gucken manchmal muss man da zweimal wieder drücken ist ganz komisch also einmal geht automatisch und dann muss man es aber doch noch ein zweites mal weiter schalten so ich habe auch mal eine variante ausgewählt wo wo der busfahrer keine eigene tür hier hat das ist ja bei dem polen bus nicht immer so ja ansonsten müssen wir mal sehen wie gesagt variante 1.7 immer noch ihr habt mir gesagt ich brauche für den trolling nur der hier hier mitglied für bei mir nicht funktioniert da brauche ich die version 1.8 ich habe mal geguckt ich habe die 1.8 jetzt nirgendwo gefunden wo ich sie runterladen kann so jetzt sehen wir auch gerade autonealing funktioniert nicht so richtig muss ich den bus noch mal hochfahren hier im moment ja deswegen fahren wir besser ohne die link also wenn ihr mir da irgendwie link zukommen lassen könntet wo ich die 1.8 runterladen kann ich habe sie auf der offiziellen seite wo ich euch die 1.7 verlinkt habe da habe ich keinen link zur 1.8 gefunden deswegen wäre ich jetzt auf euch angewiesen sag ich mal ne so dann müssen wir sehen ob man jetzt hier wirklich einmal oder zweimal weiterschalten muss das weiß ich noch nicht als ich hier zuletzt gefahren musste ich zweimal weiterschalten das hat auch was mit der hofdatei zu tun ihr könnt hier verschiedene hofdateien auswählen das ist da auf polnisch beschrieben kann ich euch also auch nicht sagen welche hofdatei für was steht das hat aber was mit den ansagen zu tun aber gut jedenfalls ich werde euch das in der beschreibung auch so bei dem download link hinschreiben das ist die version 1.7 des polen mods und die 1.8 habe ich halt nicht das wollte ich auf jeden fall nochmal loswerden weißt du ja einige kommentare gab von euch unter dem letzten video von dieser karte wo wir die 156 da gefahren sind solo bus linie ne so ansonsten ist es ja der übliche bus den kennen wir ich finde ein sehr schöner bus es ist ja eine menge an neuen haltestellen also viele neue strecken abschnitte hier dabei im gegensatz zu 156 aber zum ende glaube ich auch ein zwei stellen die wir schon kennen wo sich die linien halt doppeln das heißt wo die fahrgäste dann auch umsteigen können denkt daran es ist eine reale karte und die karte hat bei euch sehr sehr viel lob bekommen ich habe eine infokarte dann noch mal entsprechend das verlinkt also das letzte video war hier eine haltestelle für uns ich glaube nicht doch war sie ist dann nicht mein problem wenn man dann den haltestellenhilfsfall nicht hinsetzt und hier muss ich dann mal kurz gucken ja muss man dann muss man dann zweimal schalten keine ahnung hat sich da irgend einer von euch auskennt hier mit der karte könnt ihr da gerne klug scheißen an dieser stelle also auf jeden fall eine der besten realen karten die ich so in letzter zeit hier gesehen habe ne ne ja genau das heißt dann auch übersetzt nächste haltestelle das kennen wir auch von anderen karten beispielsweise von stettin da hatte ich gesagt ich wollte mir irgendwie noch autos rein kopieren oder so habe ich jetzt alles nicht mehr gemacht keine ahnung es geht auch so bin jetzt auch länger hier nicht gefahren auch wenn die hamburg tag und nacht autos sich hier natürlich sehr empfehlen würden weil die ja immer mit eingeschaltet im licht fahren ja und das ist in polen natürlich realistisch und dann würde ich mir den trollino irgendwie noch mit eurer hilfe aktualisieren aber ich habe wie gesagt nicht division 1.8 gefunden sonst hätte ich mir den noch wieder zurück in die ae losgepackt ich glaube ich muss wenn ich anhalte noch mal q drücken das können wir gleich mal austesten das heißt wenn der bus an der haltestelle anhält dass er dann sagt ja jetzt sind wir an dieser haltestelle oje in kreisverkehr so also ich glaube jetzt habe erstmal alles zur karte gesagt was ich noch loswerden wollte wenn dann sonst noch fragen sein sollten schreibt gerne in die kommentare aber nicht irgendwie ja ich kann mich nicht polen forum registrieren davon habe ich nämlich auch keine ahnung das problem das ist ja nur auch schon etwas ja länger genau so und jetzt brauche ich nicht co drücken sondern jetzt sagt er automatisch dann nächste haltestelle so und so wahrscheinlich ist das so gemeint ja ist etwas ungewohnt muss ich sagen ne vor allem weil du auch sagen musst wir sind jetzt an dieser haltestelle wenn du gar nicht anhältst und so das ist halt in omsi nicht ganz so so richtig umzusetzen dass er über diesen würfel beispielsweise im editor den du da hinsetzen kannst an haltestelle oder über gps dass du da halt sagen kannst ja wenn du da bist oder sagen so und so heißt jetzt die aktuelle haltestelle wo wir gerade sind oder so das geht halt nicht du kannst halt wirklich nur immer sagen nächste haltestelle so und so wäre wäre auch was für lotus beispielsweise ne wie gesagt bei bei der basse oder so da braucht er gar nicht anfangen mit ne ist einfach so also lotus wird ein ernstzunehmender simulator werden was das anbelangt ja die nachladezeiten sind auf dieser karte immer relativ hoch weil es viele eigene objekte viele reale objekte gibt ähm qualitativ hochwertige objekte da dauert es halt immer ein bisschen gerade jetzt auch bei nacht aber das stört uns ja nicht ne und ansonsten hatte ich mir heute mal vorgenommen ähm der eine oder andere wird es mitbekommen haben die bvg hat noch nicht ganz den ersten c2g den den ersten eigenen gelben er steht noch ähm stand jetzt bei mercedes in spandau und ich hab gedacht das bietet sich eigentlich mal an dass wir heute so hier werde ich mal alle türen öffnen ich kann nämlich nur drei türen über die tastatur öffnen die vierte nicht bietet sich nämlich heute mal an mit einem viertörer hier zu fahren weil ja auch viel diskutiert wird also ich hab den ersten gelben c2g schon gesehen wird hoffentlich bald auf linie gehen ist halt aber auch nur ein standardmäßiger c2g ne ist jetzt nichts besonderes was ich interessant fand eine breite heckmatrix haben wir die scania zum beispiel nicht erinnert dann so ein bisschen an die alten mann gelenkbusse die ja auch ausgemustert wurden und ja was halt besonders war was man auch vorher wusste ist das ist drei türe busse werden ja also so sind oder war zumindest dieser eine bus der jetzt da ist und ich denke man bestellt es dann in serie das heißt die werden alle drei türen haben und dann kommt dann jedes mal eine debatte auf ist das überhaupt sinnvoll in einer stadt in einer stadt wie berlin mit drei türe gelenkbussen um zu fahren wo man ja sieht dass immer mehr leute den öPNV nutzen und bei denen auch immer mehr einwohner bekommt ach jetzt habe ich nicht mehr weiter geschaltet ja ja so ist das wenn du halt nicht überall anhältst oder dich ein bisschen verquatscht ich persönlich wüsste nicht was gegen einen vier törer spricht hamburg hat auch vier törer mittlerweile haben wir beim buspaket gesehen weil man sträubt sich ja komplett gegen die vier törer busse warum auch immer ich hätte es gerne mal gesehen in hamburg gibt es ja sogar bei den kapa cities fünf türe das heißt dass die leute an der zweiten türe einsteigen können und so und die dann als erste türe nutzen können tut mir leid ich vergesst habe manchmal einfach hier mit dem weiterschalten weil man es halt auch nicht gewohnt ist galeria kaufhof ich freue mich drauf na also da bin ich sehr gespannt ähm wie die busse sich so schlagen werden ob sie vernünftig sind manchmal gibt es halt auch bei mercedes immer so ein paar sachen die man nicht leiden kann muss man gucken ich freue mich trotzdem drauf ich sehe das halt mit den drei türen halt auch ein bisschen skeptisch muss man ich meine es hat sonst auch funktioniert ne relativ also man ist es halt so gewohnt dennoch ist halt nicht das problem wie in hamburg dass du halt äh nur busse auf den straßen hast ja sondern hast ja auch straßen bahn straßen bahn wird ausgebaut und also was muss man sehen das heißt immer so schön wer billig kauft kauft zweimal das hat man also jetzt gesehen bei scania und halt auch vdl wenn wir uns jetzt mal auf die solo busse beziehen und von daher wird man bei mercedes nur einmal kaufen ja im sinne von man gibt einmal das geld aus hat vielleicht kleinere repartoren mal ähm die dann in der regel eigenverschuldet sind und bei scania hast du dann ständig störungen äh hast einen bus der einfach klappert billig verarbeitet ist wie gesagt ist einfach deutlich störungsanfälliger ne und da muss man dann im nachhinein also sehr viel viel reparatur und so weiter investieren und du hast halt auch das problem dass du die busse nicht einsetzen kannst von daher wird der mercedes deutlich zuverlässiger sein das kennt man halt so mit den MRN bussen war man ja auch zufrieden zumindest mit den leasing bussen aber irgendwie es wird ja wieder eine ausschreibung gegeben haben die hat dann mercedes gewonnen die ausschreibung wie gesagt auch MRN line city zum beispiel auch die neuen line cities hätte ich mir auch ganz gut vorstellen können weil man ja mit den aktuellen MRN bussen man hätte auch wieder die ältere generation MRN mit Gelenkbusse nehmen können so wie sie jetzt als leasing rumfahren da waren ja die meisten echt äh mit zufrieden ja an der sicht sind es auch keine schlechten busse aber mercedes ist dann doch schon irgendwo ein bisschen besser nach scheiße ja ich finde hier dieses monkey cockpit echt ganz schön für polen neben sonst wenn ich auf deutschen karten fahre dann nehme ich immer das FAP cockpit das ist also VDV mäßig und dann hast du noch das Arc tier das ist jetzt nicht ganz so nicht ganz so dufte war das nehme ich eigentlich fast nie aber wie gesagt für polnische karten nehme ich dieses hier für deutsche karten und auch eher ein VDV Standard Cockpit das ist ja komisch das ist ja komisch das ist ja komisch ja das macht jetzt aber auch nicht so den Unterschied ne normalerweise hast du das ja immer so dass das Licht vorne angeht wenn du erst eine Tür aufmachst das ist beim Scania immer noch ein bisschen anders da musst du das erst aktivieren dass das vorne angeht wenn du eine Tür aufmachst aber gut also wenn ihr da auch schon irgendwie ein paar Bilder gesehen habt von dem Bus hab ich auch irgendwie auf Facebook mal also guck einfach mal bei Facebook ähm und ihr auch schon eine Meinung dazu habt zu dem Thema dann könnt ihr da gerne ein bisschen was schreiben zu in den Kommentaren so und wir haben uns nochmal kurz den Sound an wie gesagt Euro 6 heute mit Voidgetriebe ähm die 12 Meter Busse hier die mitgeliefert werden bei dem Polenmarkt haben auch noch diverse andere Varianten mit Euro 4 äh dieser Motor von Cummins auch mit drin also da sind deutlich spannendere Varianten mit bei beim 18er ist das ein bisschen reduzierter ein bisschen eingeschränkter so das meine ich hier ne das sind reale Objekte die einfach auch bei Nacht sehr sehr schick aussehen oder? machen was her genau das wollte ich euch heute mal zeigen in dem Video dass man nicht immer nur bei Tag die Karten sieht sondern halt auch mal wie sie bei Nacht aussehen dann gibt es halt so Karten wie Wuppertal wo wir auch nachts gefahren sind und wo nicht äh ein Haus irgendwie beleuchtet war wo alles dunkel und tot war das heißt da hat man als Entwickler keine Nachttexturen entsprechend gemacht und sie dann mitgeliefert auch sehr schön dass die Türen nicht piepen das haben wir ja glaube ich bei dem also auf jeden Fall beim Elektro Solaris gehabt den konnte ich euch hier nicht zeigen auf der Linie weil wir wie gesagt einen Gelenkbus brauchten es gibt ja immer noch keinen Solar Subino 18 Elektrik ähm in der Realität weiß ich gar nicht gibt es den glaube ich schon in ein zwei ähm Testmodellen die dann bis zu einer dreiviertel Millionen Euro kosten das kann sich also kein Mensch leisten und in Omsi gibt es sowas noch gar nicht ne der erste Schritt ist in Omsi immer gewesen du nimmst einen ganz normalen Dieselbus so wie den hier so und dann machst du einfach nix an dem Bus sondern ersetzt nur die normalen Sounds ähm durch ne durch ein Elektro Sound ja das ist einfach einfach nur die Geräusche ändern das ist immer so der erste Schritt gewesen beim Hybrid hat man dann oben auf dem Dach ein bisschen was verändert bei Brennstoffzellen bloß hat man oben was mit der Brennstoffzelle rein gemacht das ist dann immer so erst der nächste Schritt gewesen und irgendwann hatten wir dann halt auch beim Elektro Solaris hier das äh das hier was Dashboard sehen konntest wie viel äh Strom du noch drauf hattest ne wie voll die Batterie eben war und so und musste es halt auch das Ladesystem das äh wie heißt das Elektriksystem keine Ahnung das konntest du dann darüber steuern musstest du darüber steuern auch ne das heißt ja ging nicht einfach so Elektrik an Motor an sondern das ging dann über so ein Batteriesystem hab ich euch damals auch mal auf Stettin vorgestellt damals hat's ja noch nicht so genau das geklappt weil ich keine Erfahrung damit hatte mittlerweile wiss ich wie man das steuert so hatte ich schon gesagt weil die nächste Heilsstelle ist ja find's halt ein bisschen schade dass man nicht für den 18er Repaints mitgeliefert hat Sondern was man jetzt hat, wir lassen nur den RMRN-Bus hier fahren. Auf dieser Linie. Aber gut, man kann ja auch nicht alles haben. Wie gesagt, für den 12er hat man normale Repaints mitgeliefert in mehreren Varianten. Und sogar noch für den Trollino. Was jetzt nicht besonders anders aussieht, aber das steht dann hinten nicht Urbino, sondern Trollino. Ja, auch hier in den Polen könnte man noch ein bisschen verändern, die Spiegel mal ein bisschen erneuern. Halt diese runden Spiegel da mal. Zum Beispiel, die wir auch von MRN kennen. Da gibt es einiges, was man da noch retten könnte. Vor allem, weil wir auch einen Euro-6-Motor hinten drin haben. So wie ihr seht, hier werden auch ein, zwei eigene KI-Autos mitgeliefert. Da ist der Kollege. Ne, ist nicht der Kollege. Was ist denn da los? Das ist ja wichtig. so was gibt es noch neues ich habe eine reportage gesehen anführungsstrichen von galileo habt ihr bestimmt auch gesehen die haben immer so ein lustiges format irgendwie zehn fragen an irgendwelche also wirklich zehn klischee fragen an irgendwelche berufe keine ahnung hatten wir irgendwie oder vielleicht nicht unbedingt über berufe also sie hatten wie man bodybuilder war zuletzt dann hatten sie irgendwie mal auf einer also straßenbauarbeit und so weiter keine ahnung stellen zehn wirklich klischeehafte fragen und wollen halt gucken ob das nur stimmt was das klischee sagt wo ich halt auch erst mal der meinung bin nur weil du jetzt ein ein beispiel raus du hast einen arbeiter von vielen kann es jetzt nicht sagen ob das klischee stimmt oder nicht da kannst du höchstens sagen ob das für den einzelnen stimmt oder nicht und nicht für eine ganze berufsgruppe ja ist meine meinung so diesmal ist halt für den busfahrer gemacht einem jungen italienischen busfahrer in mannheim und wir haben sie an zehn fragen gestellter ja ist der fahrplan wirklich so schwer ein sollten ja der fahrplan ist schwer einzuhalten sagte und haben ihn da halt ein bisschen begleitet na gut für mich war da jetzt nichts neues bei war für den ein oder anderen war vielleicht was neues dabei zum beispiel wenn man rückwärts fahren möchte als busfahrer aus einer haltestelle raus zum beispiel da darf man das nicht ganz so ohne das geht nicht da brauchst du einen der absichert hinten und das ist dann entweder ein kollege oder wie halt in dem film gezeigt mal auch irgendwie normaler fahrgast den er dann natürlich nicht vergessen darf auch wieder mitzunehmen danach gab es auch einen lustigen kommentar da unter dann naja guckte auf jeden fall mal rein war ganz interessant so die will nicht mit und zum ende war noch so ein straßenbahnfahrer den dann über irgendwelche lautsprecher dazu gerufen hat es war echt lustig ne und es war ein sehr cooler busfahrer ne also war ja klar wenn du halt irgendwie verkehrsunternehmen fragst können wir euch mal busfahrer zu irgendwelchen klischees befragen ja soll im unternehmen dann wir natürlich irgendwie auch so einen fröhlichen busfahrer aus und cool ja der war halt wirklich auch extrem cool getan und war auch war ein korrekter typ und ist ja klar dass das verkehrsunternehmen dann nicht im fernsehen irgendwie ein busfahrer aussucht der durchgehend schlechte laune hat wir wollen ja auch gut dastehen deswegen haben sie oft gesagt ja das mit schlechte laune und so das klischee da stimmt nicht oder so das konntest du halt auf ihn natürlich anwenden aber kannst natürlich nicht über jeden sagen aber an sich hat es mir ganz gut gefallen kann ich auf jeden fall weiterempfehlen ist jetzt auch glaube ich platz 16 oder so in den trends war es eben gerade wir haben heute dienstag ach du scheiße das ist jetzt wieder die die stelle hier links im bus rechts im bus und jetzt muss er vornehmlich links glaube ich genau so dass ist dann auch so eine ganz beschissene stelle ach guck mal der 156 ja Jetzt kommen wir also zu einem Abschnitt Wo wir uns mit dem Mit der anderen Linie, die man hier fahren kann Doppeln Das ist so ein übelstbeschissener Kreisverkehr hier Und hast du da auf einmal eine Ampel mit bei Also ich mag die Stille hier nicht Wir folgen einfach mal dem Kollegen Auch wenn der gerade sonst wo langfährt Wo er eigentlich nicht langfahren darf Aber Der wird schon wissen was er macht So jetzt stehen wir hier natürlich auch wie doof Mobilität für Jena Passt natürlich nicht ganz So hier zur Karte So ich mach mal noch ein Foto fürs Let's Play Auch Thumbnail genannt So hier müsst ihr dann noch ein bisschen weiter vorfahren Wenn ihr jetzt drei Busse hintereinander habt Habe ich neulich mal wieder erlebt War eine sehr lustige Situation wieder Da kamen mehrere Busse hintereinander an Und da lief einer noch von der anderen Straßenseite kam der Und wollte dann hier einsteigen Denn den Bus der gerade hinter dem hier anhalten wollte Und der wollte halt noch hinter dem Und vor dem Bus mit dem er mitfahren wollte rüber gehen Was macht der Busfahrer Er zieht das knallhart durch Und fährt Fährt dem Fass hinten rein Damit der Fußgänger da nicht mehr durchlatschen kann Und da musste er dann irgendwie Noch hinter drei Busse rumgehen Und hat das Gerade nur so geschafft War ganz witzig So man muss sich auch ein bisschen unter Kollegen durchsetzen Habt ihr gerade gesehen wie das funktioniert Weiß jetzt wieder die Frage aufkommt Du sagst es ja Wir fahren mit Voidgetriebe Das sind aber ZF Gangwalltasten Ja Hat der Entwickler nicht ganz richtig hinbekommen hier ne Also in der Busauswahl hab ich Void genommen Und Hier ist halt leider noch die ZF ZF Gangwalltasten sind ja noch mit drin So So an der nächsten Haltestelle werde ich da ein bisschen vorspulen Weil hier habe ich keinen Bock Dass die Kollegin dann wieder vor uns fährt und so Auch wenn ich normalerweise nicht mit einer Minute Verfrühung abfahre Gibt er nämlich normalerweise Ärger Achso scheiße Wenn ich so Ja, das ist mir so gut. Mir gefällt die Karte auch bei Nacht. Ja, ihr habt jetzt den ganzen Mal gesehen. Ich auch. Also nach wie vor eine nette, schöne, reale Karte. Hier mit Objekten auch, die echt nicht einfach sind. Echt geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kaum Spandau. Hier steht mal eine Mülltonne, nicht wie auf Wuppertal. 50 in einer Straße. Lotnicia. Es war schon echt schwierig, einen Knopf zu finden, wo ich hier die dritte Tür öffnen kann. Das war schon schwierig und wirklich anstrengend, da unter den 20.000 Befehlen den richtigen auszusuchen. Und da habe ich jetzt keinen Bock, das nochmal für die vierte Tür auszusuchen. So, wir müssen nach vorne links abbiegen, die 156 fährt geradeaus. Gut, ansonsten gibt es hier natürlich noch Knöpfe, wo kein Mensch weiß, was sie bedeuten. Die du so teilweise gar nicht in der deutschen Ausführung hast. Das ist immer noch am lustigsten hier in einem polnischen Bus. Man könnte jetzt natürlich sagen, öh, ja, wieder von der BVG übernommen, aber das ist ja nur wirklich eine Polen-Variante hier. Das wäre natürlich auch nochmal so eine Mod-Idee, falls einer da mal Bock hat, da zu modden. Dass man sich halt irgendwie sagt, man nimmt den NL263, ne, aka EN03 bei der BVG und sagt, man macht dafür einen Stettin-Repaint. Und lässt die BVG-Sitzbezüge drin, macht aber von innen auch polnische Sticker rein und so. Und dann haben sie hier irgendwelche neuen Radkappen aufgesetzt und so ein bisschen, dann haben sie den Bus ja schon verändert. Das heißt, sie fahren ja nicht in Gelb da rum und mit allen möglichen Schäden, die von der BVG kamen, nur mit den Schäden, die sie selbst verursacht haben. Aber wenn da mal einer Bock hat, den so zu modden, oder den, äh, GN03, also den, ähm, Zitaro G, erste Generation, wenn da mal einer Bock hätte, würde ich feiern. Würde ich echt gerne, äh, mal fahren, sowas. Ja, hätte ich echt mal Bock drauf. Ist aber auch nicht einfach, gebe ich zu. Aber es gibt ja ein, zwei Leute, die würden sowas gerne mal machen und können das auch... So, jetzt ist dann also auch wieder ein neuer Streckenabschnitt. Hab ich euch auch noch nicht gezeigt. Ja, Folge ist dann wieder etwas länger heute, da hatte ich nämlich auch mal wieder irgendwie ne, ne Nachricht bekommen von einem Zuschauer. Ähm, ja, mach doch die längeren Folgen immer am Wochenende oder so. Dann hat man noch Zeit dafür. Ähm, ne, ich mach das prinzipiell nicht so. Ähm, manchmal versuche ich darauf zu achten, aber manchmal ist auch so, da kommt dann unter der Woche ne längere und am Wochenende kommt auch ne längere Folge. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange die Linie ist. Ich splitte die Linien ja nicht. Wie ich das früher gemacht habe, wie es auch, äh, andere Let's Player machen. Sondern ich sag immer, eine Linie, eine Folge. Und wenn die Linie halt mal ein bisschen länger ist, dann ist das so. Das heißt, wenn ihr unter der Woche nicht dazu kommt, jetzt hier irgendwie ne dreiviertel Stunde das Video zu gucken, dann gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ähm, ihr guckt halt am Wochenende zu Ende, denn das heißt, wenn ihr bei YouTube angemeldet seid und halt dementsprechend zustimmt, dass YouTube euer, ähm, Konsumverhalten aufzeichnen darf und eure, ähm, Videos, die ihr aufgezeigt habt, oder die ihr euch angeschaut habt, dass YouTube das alles erfassen darf. Ähm, dann merkt YouTube sich, wo ihr aufgehört habt, äh, das Video zu gucken. Und dann, wenn ihr das nächste Mal auf das Video raufklickt, ähm, werdet ihr genau dorthin geleitet. Ähm, wo ihr dann, oder fängt das Video genau da an, wo ihr dann aufgehört habt. Das heißt, ihr könnt ja immer easy und entspannt weitergucken. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre, ähm, es gibt sowas wie, ja, die YouTube App, ihr könnt von unterwegs gucken. Es gibt auch YouTube Premium mittlerweile, da könnt ihr das Video runterladen und unterwegs gucken, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, unterwegs Datenvolumen zu verbrauchen. Oder hier in Deutschland noch nicht irgendwie, äh, ein Verkehrsmittel habt, wo ihr gutes WLAN kriegt. Oder wenn ihr in der Schule keinen WLAN habt, dann im Unterricht, ne. Nee, aber da gibt's halt echt einige Möglichkeiten. Man muss das Video ja nicht immer, ähm, bis zum Ende gucken. Ne, also wie zum Beispiel heute. Heute hab ich ja mehrere Themen gehabt. Dass man dann sagt, ja komm, nach dem, ähm, BVG-Thema oder so schalte ich erstmal ab. Und all das, was ich dann zur Galileo-Reportage sag, oder jetzt zum Ende nochmal zur Karte sag, ähm, das schau ich mir dann einen anderen Tag an. Zum Beispiel am nächsten Tag, wo dann kein Video kommt, ne, das. Also jeden Tag kommt in der Regel ja kein Video. Das ist ganz selten mal, dass ich da jeden Tag was hochlade. Das war, glaub ich, bei Wuppertal so, oder irgendwie, wenn mal besonders viel rauskommt und ich auch besonders viel Zeit hab, dann dann mach ich das ruhig mal. Für ein, zwei Tage, dass da mal täglich was kommt. Ja, könnt ihr immer bis in den Kickdown reinhören, äh, war auch, wie ich finde, ein sehr angenehmer Sound. So, und jetzt geht's so ein bisschen, ähm, ins Gewerbegebiet. Sub-Urbanisierung, ja. Das heißt, hier haben wir irgendwelche polnischen Läden. Großhändler, die wir halt alle nicht kennen in Deutschland, ne. Das ist hier, Einkaufszentren und so. Na doch, CCC-H und M kennt man. Da will jetzt im DZ aber auch keiner mehr hin. Und daher müssen wir ein bisschen aufpassen. Also da, da kann man sich sehr leicht verfahren. So ist es mir nämlich in der Probefahrt gegangen. Da hab ich mich nämlich ordentlich verfahren. Jetzt weiß ich nämlich nicht, muss ich jetzt gerade aus, oder links. Okay, Greco, wie, ich guck mal gerade. Greco, wie. Also eigentlich würde ich schon sagen, dass ich da lang muss in der Probefahrt. Okay, wir fangen gerade aus. Wahrscheinlich heißt das irgendwie nur bis Grecovi oder so, keine Ahnung. Also in der Probefahrt bin ich links abgebogen. Ich hätte gerade ausgemusst. Das ist zum Beispiel auch eine Haltestätte, die, naja, lass uns mal gucken. Die ist zum Beispiel nicht für einen Viertörer ausgelegt, ne. Das heißt, die Leute steigen dann auf dem Rasen aus. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen auf die Autobahn hier. Weil der Europark geht nochmal ein bisschen weiter weg. Noch ein bisschen außerhalb der Stadt. Finde ich aber schön. Also es ist ja ein Zeichen für Abwechslung. Oh, hier darf ich noch nicht rüber. Erst ab der gestrichelten Linie. Darfst du rüberfahren. So, 70 sind erlaubt. Wie wir sehen, es ist keine Autobahn, ne. Es ist mehr eine Bundesstraße. Weiß ich nicht, wie man in Polen dazu sagt. Landstraße. Ach ja, keine Ahnung. Schlaglochstraße. Schotterpiste. Ich weiß es nicht. Jetzt sind die deutsche Polizei hier. So, jetzt gehen wir da durch. Fahren wir halt ein bisschen früher ab. Weil die nächste Station ist dann glaube ich auch die Endstation. Ja. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr drunter vorgestellt. In diesem Europark. Der ist jetzt nicht so krass, wie man vielleicht denken mag. Ja. Ist auch nicht so geil gestaltet. Also erwartet nicht zu viel, falls ihr dort jetzt das erste Mal hinkommen werdet. Und noch nicht selber dort wart. Okay. So, ich muss doch ordentlich lenken. Da hört man auch schön wie das Logitech-Drainforce-GT. So, und das ist halt auch die Endhaltestelle. Die ist jetzt nicht besonders krass. Da sitzt auch keiner mehr drin. Das war's alles okay, sagt er. So. So sieht der Europark aus. Ja, das ist, weiß ich nicht, ein Parkplatz oder was. Äh, das ist die Polizei in die Post ist das wahrscheinlich, ne? Ja. Also, das ist jetzt nicht so krass. Gut. Das war's von der Karte hier. Von Projekt Lublin 2017. Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Karte zu fahren. Ja, Feedback könnt ihr gerne da lassen. Ansonsten, ja, gehabt euch wohl. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.